Hi Ho und herzlich willkommen zum ersten Video nach Weihnachten und zwar am dritten Weihnachtsfeiertag. Ja, jetzt müsste jetzt bei euch dritter Weihnachtsfeiertag sein. Bei mir ist gerade noch kein Weihnachten, nicht mehr im Ansatz. Ich muss ja sagen, ich hoffe, dass ich jetzt, wenn dieses Video gedreht, dieser Tag heute ist, bei euch, nicht bei mir, bei mir ist ja jetzt, okay, ihr wisst, was ich meine, dass ich dann endlich Weihnachtsstimmung habe. Bei uns zu Hause ist noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung gerade hier aktuell entstand. Und ja, alles, was wir im Moment haben, ist ein aufgehängtes Weihnachtsmännchen, das aus Holz besteht und selbst gemacht ist. Das war dann auch schon alles. Aber ich muss auch sagen, im Moment habe ich auch noch keinen Wham gehört. Also, bei mir fängt immer meistens so die Weihnachtsstimmung an, wenn es das erste Mal Wham im Radio kam. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber dann bin ich irgendwie immer so weihnachtlich eingestellt. Ja, ich möchte euch jetzt nicht mehr allzu viel Zeit nehmen von eurer Weihnachtszeit, weil, ja, ihr möchtet ja bestimmt die Zeit mit den Lieben und den Verwandten und so verbringen oder auch alleine mit einem schönen Wunsch oder so. Darum sage ich jetzt an dieser Stelle tschüss, wünsche euch ein wunderschönes, ja, noch ein wunderschönes Weihnachten und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.